Skywalk am Noten Die begehbare Aussichtsplattform Der Pfad zum Hauptgipfel 1808 Meter hoch Das Gipfelkreuz mit Rastplatz am Hauptgipfel Latschenweg über Scheinegg zum Hochkaerschutzhaus hinunter Das Gipfelkreuz mit Rastplatz am Hauptgipfel Querung zum Hochkaplatteau Das Gipfelkreuz mit Rastplatz am Hauptgipfel Das Gipfelkreuz mit Rastplatz am Hauptgipfel Das Gipfelkreuz mit Rastplatz am Hauptgipfel